es ist wieder dasselbe gesäusel eine endlos langweilig erzählte scheiße die sie schon ungefähr 15 mal angefangen hat oder schon erzählt hat ist genau das gleiche was ich damit sagen will ist es unterstützt beweist einfach nur dass das genauso ist wie ich gesagt habe du wirst denn niemals die gehen niemals ein stück nur davon weg und wenn du von denen geständnis fordert so wie ich in dem fall passiert genau das und das machen die immer wieder ich mache kurz schluss bin unterbrochen gequirlte scheiße alter hut dieselben geschichten dieselbe leier der selbe blödsinn der selbe schwachsinn wie immer willst du mich ein bisschen auf den arm nehmen willst du mich verarschen aber ich danke dir für die offenbarung dafür dass du mir hilfst den menschen transparent zu machen wie ihr agiert wie du agierst sinnbildhaft beispielhaft für das wie ihr alle agiert